Zurück bei Kamikaze auf E1 und 2 mit Christian, dem Superstar aus Big Brother. Und als du raus bist, da wurde es ja dann langweilig, ne? Das stimmt. Kein Angefiesel mehr. Das ist kein Angefiesel. Nein, 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 so fies, nö, nö, wie so Angefiesel. Warum warst du nicht mal richtig fies? Du warst manchmal auch ein bisschen den Eindruck... Was denn? Man konnte ein bisschen daran, also ob du noch ganz dicht bist, hat man sich manchmal gefragt. Ich darf dich bitten, ob ich noch ganz dicht bin. Kein Problem. Viele behaupten ja, ich bin der Einzige, der wusste, wo... Darf ich mal kurz? Wo der Froschschlocken hat und das auch nicht ganz wunderbar. Nein, da muss man schon einfach, da muss man zu stehen, aber ganz dicht, das kann man so nicht sagen. Nein, weil du bist dann rausgerannt und da so... So ein bisschen bist du auch einfach von einem Urspiel... Nein, du kennst die Vorgeschichte gar nicht. Ich hatte tierischen Kohleampf, ich hatte Hunger ohne Ende. Kein Mutter. Und ich hatte mir gut was aufgespart, damit man gut über die Zeit kommt. Und der Ösi hat sich in der Nacht noch komplett das frische Brot reingetankt. Und da war ich dezent angepisst. Und am nächsten Morgen hatte ich den harten Gumpen da liegen. Und das hieß wieder 18 Stunden nicht zu essen. Und 18 Stunden nicht zu essen, das geht gar nicht. Hattest du denn auch einen Freund im Big Brother Haus? Also mit Karim lief alles sehr gut. Aber jetzt nicht von hinten, sondern so. Ganz normal auf der richtig maskulinen, harten Machschine. Warte mal, warst du der passive oder der aktive Part in eurer Freundschaft? Ne, wir hatten es eigentlich ganz gut gemischt. Ich meine, er hat hinterher die Torten gestochen und ich nicht. Was eigentlich schade ist, weil ich auch Bock hatte, aber... Hattest du Bock auf die Blonde auch? Ehrlich gesagt nicht. Ne, also für mich war das nicht so das Material dabei. Ich finde schön, wie du über Frauen sprichst. Ich? Ja. Man hört doch ein bisschen raus, dass du doch... Bekennender und... Romantiker bist. Ja. Aber du wirst nicht, dass das jeder mitkriegt. Das finde ich sehr, sehr schön. Weil man muss das auch nicht so nach außen tragen. Nein, aber ich meine hier... Material, man weiß ja, wie du es meinst. Du meinst ja eigentlich, die schönsten... Dann sind wir mal ehrlich. Ne, jetzt sind wir ehrlich. Ich glaube, niemand kann irgendwie in dem Haus den Partner fürs Leben finden. Dafür ist das alles ein bisschen zu strange und zu abgefahren. Ja, aber ein Fick für die nächsten 10 Minuten ist auch mal nicht schlecht, oder? Muss es immer der Partner fürs Leben sein? Eben. Ein Fick für die nächsten 10 Minuten ist okay, aber dann muss es dann auch irgendwie ansprechen. Dann muss man auch denken, boah, guck mal, die geilen Titten und jetzt richtig was loslegen. Und wo waren die denn da? Hast du unaniert, als du im Haus warst? Auf keinen Fall. Also ich war wirklich... Ich war riemig wie Sau. Ich hätte auch wirklich, als ich rauskam, ich hätte sofort... Alexander. Aber nach zwei? Ich hätte sofort... Ja, genau, hier sind schon wieder die Experten. Ja, Alexander. Habt ihr alle schon mit Alex? Weißt du was los? Ist die der Wanderpokal, oder was? Nee, da ist... Nee, eher so eine Dauermatratze. Ehrlich? Also ihr auf Viva müsst ihr es ja wissen. Du warst auch schon drauf? Nein, so schlimm war es nie. Also Alex, ich war sehr enttäuscht. Ich hatte gehofft, ich hatte da ein bisschen mehr... Exklusivität, aber vergiss es. Alexandra Bechtel? Ja. Hast du die Zunge in den linken Lungenflügel geschoben? Du bist gut informiert, das hab ich getan, ja. Und ich hätte nie damit gerechnet. Also sie hat voll mitgemacht. Dann musst du fragen, wo... Ja, wirklich? Doch. Sie hat mitgeknutscht, weil sie tut ja so... Weißt du, das ist immer zu schützen, mit einem Vollprofi zu trinken? Ja. Aber wir hauen ihn jetzt mal so richtig halbern weg. Soll ich das auch kaputt machen? Alles klar. Musik!